Kleckern muss nicht sein. Wenn ihr mit Farbdosen arbeitet, empfehle ich euch Gummibänder zu verwenden. Die könnt ihr so quer über die Dose spannen, in die Mitte. Da habt ihr nämlich eine wunderbare Abstreifhilfe. Ihr könnt da die Farbe nehmen und den Pinsel da abstreifen. Dann nehmt ihr nämlich nicht zu viel Farbe auf einmal. Ihr könnt da malen, wieder Farbe holen, wieder abstreifen und ihr kleckert nicht. Saubere Sache. Auf unserem Kanal gibt es dreimal wöchentlich neue Tipps und Tricks für den Alltag. Also abonnieren und nichts verpassen.